Wir sind drei sehr gute Freunde. Ich würde nicht sagen, dass ich vor dem auch sehr Mensch war, der auf jeden zugeht. Bei uns geht es in erster Linie halt eben um effektive Raumnutzung. Das möchte ich eigentlich jedem Menschen, der mir entgegenkommt, möchte ich davon erzählen. Hat das schon mal irgendwer gemacht? Kennt sich da irgendwer aus? Boah, das hat das mit Versicherungen zu tun. Du kannst dein Leben auch total larifari vor dich hin leben und trotzdem schön haben. Nun, es gibt zig Räume, die einfach leer stehen, die keiner benutzt. Ich fand aber das Gebäude einfach, da war niemand. Man hat nichts gehört, nichts. Nur Leute reichen, denn Räume ansonsten nicht vermietet werden würden. Ja, nicht die eigene Idee verraten. Also gab es sowas? Oder seid ihr mir unheimlich? Scheiße, ich nix. Versuch's trotzdem. Gerade wir kommen aus einer Schule, wo das Toilettenpapier schon manchmal sehr eng geworden ist. Bis der Tarsat wieder ein bisschen wurscht geworden ist und du dir denkst, das muss doch funktionieren. Die Zukunft macht mir Mut. Ich hab mir einfach Mut zu sagen, ich bin das wert und wir mit unserer Idee. Na cool, Jungs, macht's weiter, kann ich euch helfen. Es kostet bei uns etwas? Prinzipiell. Und haben heute eine fertige Web-Plattform, auf der man Räume vermieten kann und Räume mieten kann. Irgendwie hat das was. Irgendwie ist es eine coole Idee. Ja, irgendwie hat es mich auch gerissen, das Thema. Es ist schnell herauskristallisiert, dass eben der Paul und der Jakob die perfekten Teile für das ganze Team sind. Wir sind Clemens, Jakob und Paul und gemeinsam sind wir das Team hinter Book Your Room. Der Lösung gegen den urbanen Platzmangel. Wir sind alle drei sehr sportlich. Wir kommen alle drei aus Vereinen. Also, wo habt ihr die Kohle her? So ein bisschen einen entrepreneurial spirit, sagt man auch, der entwickelt ist. Und aus jeder Krisenzeit ergibt sich dann auch unverhofft einfach tolle Sachen. Wir haben ein Praktikum gewonnen. Plattformen und Schulen werden bis jetzt von keiner anderen Plattform angeboten. Wie ist euch denn das passiert? Schule, Bildung hilft. Ja, er hat noch kurz Zeit, ich schaue mir das noch kurz, habe ihm das kurz erzählt. Ich habe eine Visitenkarte bekommen. Wie viele Leute es gibt, die dich unterstützen wollen? Eigentlich möchte ich es genau dem, der mal gesagt hat, das funktioniert nicht, auch noch zeigen wie ich. Wenn es Räume gibt, die ihr habt, die anbieten wollt oder wenig Räume braucht, kommt gerne zu uns. This Future Talk was powered by die Mutmacher.